Mit elf Jahren hatte sie einen Traum. Sie ging durch ihre Heimatstadt und traf auf einen kleinen Jungen. Der hatte nicht das Nötigste zum Anziehen. Sie wollte ihm helfen und gab ihm etwas Geld. Der Junge sagte, aber ich habe noch viele arme Geschwister in dieser Stadt. Sie fragte ihn, wo wohnst du denn? Da zeigt der Junge nach oben zum Himmel. Sie fragte ihn nach ihrem Namen und er antwortet, Ich bin das arme Kind Jesus. Träume sind Schäume? Nicht für Clara Fay. Dieser Traum öffnet ihr die Augen. Sie geht bewusster durch ihre Stadt und sieht das Elend der Industrialisierung. Sieht Kinder, die zwölf Stunden arbeiten müssen. Sieht Familien, die mit vielen auf einem Zimmer eingepfercht sind. Sieht verwahrloste und enttäuschte Kinder. Und sie sieht mit den Augen des Glaubens, dass Christus in diesen Kindern präsent ist. Das verändert alles. Mit 22 gründet sie eine Schule, mit 29 ein Waisenhaus. Dann den Orden, ihre Gemeinschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus und bewirkt Großes. Am Ende hilft sie 12.000 Jungen und Mädchen, dass sie eine gute Schulbildung bekommen. Samstag wurde Clara Fay selig gesprochen. Im Nachtgebet bitte ich darum, dass wir in unserer Zeit auch mit offenen Augen durch diese Welt gehen und bereit sind, Christus in den Ärmsten zu finden. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. . Untertitelung des ZDF, 2020